Hubert, in welcher Höhle bist du? Ich sollte eigentlich direkt unter dir sein. Da, bei dem Loch, hier unten. Ah, hi, hi, hi. Ähm, wie soll ich denn zu dir runterkommen? Äh, hier, ich spazier in der Wasserbacke. Ah! Ah! Ah, nee, nee, nee. Diesmal war ich nicht drauf rein. Nein, hier, ich geh sogar weg. Hier. Ah!